Moin, dieses Video nehme ich gerade vor Various Varro auf. Heute starten wir in die dritte Staffel und ich kündige jetzt schon mal an, die auch mein letzter sein wird, denn ich habe auf dem Kindergarten keine Lust mehr. Nobodies hatte ich in der ersten Staffel gelobt, dafür dass er auf die Teilnehmer eingeht. In Staffel 2 hat er das Eingehen auf die Teilnehmer komplett über Bord geworfen und hat nur noch sein Ding durchgezogen mit Odokit, der als Edmund dazukam. Odokit, wir werden die beste Freunde sein, aber ich feuer mal jetzt nicht gegen dich, das kommt, wenn ich über Staffel 3 rede. In Staffel 2 gab es viele Sachen, die strittig waren, da gab es Teilnehmer, die eine Massenaufnahme machen wollten, das wurde dann direkt von dem Edmund-Team niedergeschmeldet, also Odokit und Nobodies direkt, es ist sein Projekt, er möchte keine Massenaufnahme, Nobodies möchte keine Massenaufnahme, also dürfte er das hier nicht planen und damit durften sie nicht mehr über das Thema Massenaufnahme schreiben. Man geht auf Teilnehmer ein, wollte ich nur nochmal sagen, darauf plädiert Nobodies immer. Dann, großer Angriff Staffel 3, man will Spannung aufbauen, ein spannendes Projekt machen, was an den echten Warhol sehr ähnlich ist. Man darf jetzt nur noch eine Folge aufnehmen und man darf nur mit Fateful, aber auch nicht mit allen Fateful, nur mit richtig, also Original-Fateful, wo wirklich nur die Grafik besser wird, oder Default spielen. Das mit der Texture Pack, es soll wohl nochmal drüber reden, aber in der ersten Folge dürfen wir wirklich nur mit Default oder mit einem hochgerenderten Default spielen, also mit einem Fateful. Die erste Folge ist die, die am meisten gucken, wurde mir gesagt, deswegen muss die ja so gut sein, wurde mir gesagt, deswegen will man ja keine Schutzzeit, wurde mir gesagt, hm? Ja, ja, Spannung in der ersten Folge mit einem Default. Schon deswegen wird sich das niemand mehr angucken, die dritte Staffel, da, was, wenn jemand so sieht? Geil, erste Folge, neues Projekt, gucke ich mal rein. Default? Was? Schmutz? Spuckt er seinen Monitor an und macht aus. Hallo? Er guckt sich so einen Müll an. Okay, gibt ein paar Leute, die Default gucken, aber 90% sind schon mal raus. Dann die Sammlung aufnehmen, man darf nur noch eine Folge vorproduzieren. Okay, soll dafür sorgen, dass man snipen kann, kann man trotzdem nicht, denn, sag ich jetzt mal, ich will Niklas snipen. Ich bin vor Niklas auf dem Server, gehe zu Niklas in seiner Position, kann keine Folge mehr aufnehmen, Niklas schon drauf, geht weg. Bin ich immer eine Folge hinter Niklas, wenn Niklas nicht ganz geistig behindert ist, kann er sich vernünftig wegbauen, indem du einfach mit Clean Stone vernünftig zubaust und so weiter. Sprich, dadurch kannst du nicht gesnippt werden. Oder, Möglichkeit 2, Niklas nimmt vor mir auf, geht schon so weg und ich weiß eh nicht mehr, wo Niklas ist und hab seine Position gar nicht. Also, kannst du einen nicht snipen durch diese neue Aufnahmeregel? Ja, das Einzige, was durch die Aufnahmeregel steht, wenn jemand mal keine Zeit hat, durch Arbeit, Familie oder sonstige Gründe, das kann auch nur sein, dass an einem Tag dein Internet ausfällt, bist du eigentlich raus. In den Regeln steht drin, dass die Spielzeit nicht wieder gutgeschrieben wird. Sprich, du bist dann immer ein Nachteil, eine Folge im Hintergrund, du hast eine Folge weniger, alle sind bei Folge 7, du bei Folge 6. Du kriegst am nächsten Tag einen Strike, da du keine Folge hochladen kannst, da du die ja nicht aufnehmen konntest. Sprich, deine Cords sind offen und wenn deine Cords offen sind, dann kannst du gesnippt werden, da du dann ja 30 Minuten nicht auf den Server darfst und alle zu dir laufen können. Aber bringt auch nichts, denn wenn du da hinläufst, kannst du ja nicht mehr aufnehmen. Du kannst durch diese Regel nicht mehr richtig snipen. Du musst wirklich hoffen, dass jemand einen Strike bekommt, dass jemand einen Tag nicht kann. Jemand online geht, einen Tag nicht kann, du da hinläufst und er dann, da kriegt er halt einen Strike, aber du bist ja eh schon da. Nur dann kannst du snipen. Durch diese Regel kannst du nicht mehr snipen. An sich durch dieses einmal nur einen Tag aufnehmen kannst du nicht snipen und nicht taktisch spielen. Sonst hätte man drei Folgen. Der Vorteil hat drei Folgen. Du kannst sie dir so verteilen, wie du willst. Du kannst, wir können, sag ich jetzt mal, heute Folge 1, 2 aufnehmen. Morgen kommen dann Folge 1, dann haben wir nur noch Folge 2. Dann können wir zwei Folgen noch aufnehmen und die zum Kampf nutzen. Später im Projekt ist es sinnvoller. Jemand kriegt zum Beispiel einen Strike. Jetzt kannst du nur hinlaufen und das war's. Mit drei Folgen, die du aufnehmen darfst, wenn du zwei Folgen noch aufnehmen kannst, läufst du eine Folge hin, bereitest dir dort was vor. Und in der zweiten Folge wartest du dann, bist du heraufjoint und kannst ihn fighten. Nee, nee, das ist dumm. Mit drei Folgen musst du taktisch spielen, musst mitdenken. Was das Projekt spannender macht und dafür sorgt, dass es Kämpfe gibt, ist eine Blutrauschregel. Das hat nichts mit Snime zu tun, aber eine Blutrauschregel würde das Projekt spannender machen, die soll es ja auch geben. Aber das würde vollkommen reichen. Man sagt, alle fünf Folgen muss gefeiert werden. Hat man nicht so viele Camper und so weiter. Und das mit dem Snime ist komplett schwachsinnig, dass es immer noch nicht funktioniert. Also, kompletter Müll und ich möchte mal die Argumentation von Nobodies erläutern. Das macht keinen Sinn. Das stimmt nicht. Das macht keinen Sinn. Mehr Argumente kamen nicht. Es kamen nicht, warum das keinen Sinn macht, wie er das sieht, warum das nicht stimmt. Kann nicht. Es kam einfach, macht keinen Sinn. Dann hatte ich ein Gespräch vorgeschlagen. Er hatte nicht darauf geantwortet. Dann hatte ich nochmal ein Gespräch vorgeschlagen. Er hat gesagt, ich habe keine Zeit. Okay. Ist in Ordnung. Und dann wurde ich einfach auf dem kompletten Discord gemütet. Und seitdem kann ich keine Abstimmungen mehr mitmachen und so weiter. Ich bin jetzt einfach auf dem kompletten Discord gemütet. Ich weiß nicht, ob ich nach dem Video noch mitmachen darf. Ich hoffe. Auf jeden Fall wird Staffel 3 mein Letztes sein. Denn so intolerant kann man gar nicht sein. Und so hirnrissig. Also, ganz normal. Man muss nicht predigen, dass man auf Teilnehmer eingeht, wenn man Teilnehmer mutet, weil sie ihre Meinung sagen. Sicher, jetzt Odo Kid droht wieder Leute zu muten, da sie ihre Meinung sagen. Und so weiter. Kompletter Schwachsinn. Bildt euch eine eigene Meinung. Aber bei so einer Projektleitung kann man es eigentlich gleich sein lassen, ein Projekt zu machen.